Sorge um Schlagerstar Melanie Müller. Sie hatte mit gerade mal 34 Jahren einen Schlaganfall. Wie sie gegenüber BILD berichtet, sei es im Juli zu dem gesundheitlichen Vorfall gekommen. Doch die Ex-Bachelor-Kandidatin entließ sich nach einem Tag in der Klinik selbst. Sie habe ein Fieten im Ohr gehabt und eine ihrer Gesichtshälften sei gelähmt gewesen. Ich war nur einen Tag im Krankenhaus und habe mich dann selbst entlassen. Natürlich war das nicht schlau, aber dort hätte ich auch keine Ruhe gehabt und ich wollte meine Kinder nicht allein lassen. Auslöser könnten privater und beruflicher Stress gewesen sein. So kam es zu dem Hirnschlag mitten in der Ballermann-Saison. Außerdem macht Melanie gerade die Trennung von ihrem Mann Mike durch. Doch trotz des Schlaganfalls blieb Melanie Müller in den Medien und auf Mallorca präsent. Keiner ahnte, wie es ihr geht. Ich habe es nicht öffentlich gemacht, weil ich keinen Shitstorm wollte. Denn ich bin nach einer Woche wieder aufgestanden und habe gesagt, ich mache keine Kur, sondern meinen Job. Ich bin nach einer Woche wieder aufgestanden und geht es um Koluubin. Bye! Okay, jetzt ist das heb bis JULnite den Klioppin. Ich bin nachplegen bis zum semana.